Hallo und viele Grüße aus Berlin. Ich bin zu Hause, es ist 9.37 Uhr und ich arbeite heute von zu Hause aus, denn ich habe seit gestern Abend und auch heute noch ein bisschen Korzeritis und Übelkeit. Und ich glaube, es ist besser, hier aufs Klo zu gehen und sich wegzukübeln als im Büro. Ja, das heißt, ich bin heute den ganzen Tag at home, werde so gut arbeiten, wie es geht. Also ich habe Zugriff auf E-Mails, auf das Jira und auf unser Ticketsystem, was das Jira ist, aber auch auf unser Teams, wo der Großteil der Kommunikation stattfindet. Das heißt, ich sitze gleich da drüben und werde dann mal schauen, was ich heute alles machen kann. Ich habe auch schon ein bisschen was an Topics rübergegeben und ja, dann schauen wir mal, was heute so den Tag über passiert. Ob ich heute Abend streamen, weiß ich noch nicht so genau, je nachdem, wie sich das mit dem Magen entwickelt. Danke auch für die lieben Grüße auf Facebook, bis auf die eine Nachricht von, ich weiß schon gar nicht mehr seinen Namen, weil er so fies ist, der gemeint hat, ich habe mich überfressen, aber ich glaube, ich habe einfach irgendwas Falsches gegessen. Ich hatte ja vom Wochenende noch Essen übrig, wobei es ist Dienstag gewesen, von daher sollte das eigentlich noch gut gewesen sein, aber naja, egal. Drückt mir die Daumen, dass es bald wieder besser wird und ansonsten wünsche ich euch eine angenehme Wochenmitte und wir hören uns dann spätestens morgen beim nächsten täglichen Vlog. Kommt gut durch den regnerisch nassen Tag, 10, 15 Zentimeter Schnee, wie gestern wohl angesagt, sind es dann doch nicht geworden. Es ist auch viel zu warm, dass das liegen bleibt, von daher schmilzt heute alles und ist nass und ja, gut. Also dann, habt wie gesagt noch einen schönen Tag. Ich werde mich jetzt mal an den Rechner setzen, also an den anderen und dann vielleicht noch das ein oder andere Müllstück aussortieren hier aus der Wohnung, dass das dann auch mal weg kann. Gut, also dann, wir lesen uns, wir hören uns, wir sehen uns. Bis demnächst. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020